Laurentiustränen, viele Sternschnuppen am Nachthimmel zu sehen. Laurentiustränen, viele Sternschnuppen am Nachthimmel zu sehen. Laurentiustränen, viele Sternschnuppen am Nachthimmel zu sehen. In der Nacht vom 10. auf den 11. August erwartet die Astronomiegemeinde ein wunderbares Naturschauspiel. Die Perseiden sind in voller Blüte und sorgen für ein faszinierendes Spektakel am Himmel. Jährlich ziehen sie Millionen von begeisterten Menschen in die Natur, um die verglühenden Staubkörner zu beobachten, die beim Eintritt in die Erdatmosphäre als beeindruckende Lichtstrahlen erscheinen. Diese Phase des Meteorenschauers wird auch als Laurentiustränen bezeichnet, eine Hommage an den heiligen Laurentius, dessen Gedenktag in der katholischen Kirche auf den 10. August fällt. Die Perseiden sind bekannt für ihre hohe Anzahl an Sichtungen, die in klaren Nächten bei besten Bedingungen sogar bis zu 100 Meteoriten pro Stunde erreichen können. Astronomen erklären, dass dieser Meteorstrom seinen Ursprung im Kometen Swift-Tuttle hat. Wenn die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne diesen Kometen verfolgt, kreuzen die kleinen Partikel, die beim Vergehen des Kometen zurückgelassen werden, die Erdatmosphäre und verursachen die spektakulären Lichtphänomene. Um die volle Pracht der Laurentiustränen zu erleben, ist es ratsam, einen dunklen Standort fernab von städtischer Lichtverschmutzung aufzusuchen. Es wird empfohlen, sich am besten in der Zeit zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden zu positionieren, da die Sicht in diesem Zeitraum am besten ist. Einige Astronomen raten dazu, sich beim Beobachten der Meteore entspannt zurückzulehnen, damit man bequem den Nachthimmel überblicken kann, ohne eine bestimmte Richtung einnehmen zu müssen. Die Faszination, die von diesen Naturereignissen ausgeht, ist weitreichend. Neben der ästhetischen Anziehungskraft besuchen zahlreiche Besucher und Astronomie-Enthusiasten die erdnahen Gebiete, um die Meteore zu beobachten. Diese Begeisterung wird von den Entdeckern der Sterne getrieben, die immer wieder darauf hinweisen, dass das Beobachten der Perseiden nicht nur entspannend, sondern auch eine zu tiefst spirituelle Erfahrung sein kann. In sozialen Netzwerken wird das Ereignis begeistert thematisiert, mit Tipps und Tricks zur besten Beobachtung der Meteore. Viele Nutzer teilen ihre Pläne, an abgelegene Orte zu reisen und die Vorfreude auf das bevorstehende Ereignis steigt. Bei diesen Gesprächen wird häufig auch der historische und kulturelle Kontext der Laurentiustränen erwähnt. Die Legende besagt, dass die Lichtstrahlen, die zur Gedenkfeier des heiligen Laurentius am Himmel erscheinen, seine Tränen symbolisieren. Das Versprechen der Erneuerung und der Hoffnung durch das Licht, das die Nacht erhellt, wird auch in der modernen Betrachtung als ein Zeichen für neue Möglichkeiten und Träume interpretiert. Die bevorstehenden Laurentiustränen sind also nicht nur ein astronomisches Ereignis, sondern auch eine kulturelle Feier, die seit Jahrhunderten von Menschen beobachtet wird. In diesem Zusammenhang ist es klar, dass sowohl Naturfreunde als auch spirituell Angelegte eine Verbindung zu diesen außergewöhnlichen Lichtern am Himmel suchen. Die Freude und das Staunen über die Wunder des Universums sind zeitlos und durch die jahrhundertealte Mythologie gibt es auch einen tiefen, menschlichen Bezug zu den Perseiden. Für die Astronomie ist dies eine tolle Gelegenheit, das Wissen über Meteorströme und Kometen weiterzugeben. Planetarien und Astronomievereine in vielen Städten planen Events und Ausflüge, um die Faszination der Laurentiustränen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. In zahlreichen Berichten und Geschichten wird immer wieder von der Magie und Kraft der Sterne und des Universums gesprochen und wie sie uns alle miteinander verbinden. Autor Anita Farke Sonntag 11. August 24